Das eigene Wohlbefinden und das Wohlbefinden unserer Familie ist für uns einfach das Wichtigste im Leben. Ich bin der Tobias. Ich bin die Ella und wir wohnen hier zusammen mit unserem kleinen Sohn, den Jonas, in Augsburg. Das liegt im schönen Süddeutschland, in der Nähe der Alpen. Heute will jeder gesund und fit sein und leistungsfähig vor allem. Da ist eine gesunde Ernährung ein ganz wesentlicher Baustein. Bewegung und Sport hat für uns schon einen sehr hohen Stellenwert. Wir fühlen uns damit einfach besser. Und wenn wir gemeinsam rausgehen, ist einfach mehr Motivation da. Und zusammen sind wir so stark, wie einer allein nie sein könnte. Jeder bringt Bausteine mit rein und in der Gesamtheit gibt es ein ganzes Bild. Mit Familie, da ist Flexibilität und freie Zeiteinteilung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das war natürlich auch eine gute Planung und Organisation. Mir ist es sehr wichtig, mein eigener Chef zu sein, weil ich einfach sehr, sehr freiheitsliebend bin und einfach gerne unabhängig und flexibel arbeite. Wir unterscheiden nicht zwischen Arbeit und Privaten. Sondern es ist in dein Leben integriert und es macht dir Spaß und es gehört zu deinem Leben. Freiheit ist einfach alles. Frei zu entscheiden, wann ich in der Früh aufstehe. Frei zu entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte. Man lebt sich selber mit Freiheit viel mehr aus, als wenn man gezwungen einem anderen Weg folgen muss. Frei zu verhindern, wenn ich offense nicht unbedingt weiß. Frei zu dem Auslander und ich danke dir. Within